Es war so eine Aufbruchstimmung, Veränderungsstimmung. Die kann man, glaube ich, nicht wiederholen. Die war fantastisch. Es war eine aufregende Zeit, eine Geschichte pur miterleben. Das war eure. Dieser Balkon ist ja ein Teil des kulturellen Gedächtnisses unseres Landes. Das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Das ist ja was.